20 Minuten und jetzt kommt was, das beglückt die ganze Welt. Roda Anta, die spektakuläre Führung für den FC. Ne, ne, das war keine Führung, das war ein Ereignis. So lange wartete Roda Anta auf sein erstes Saisontor und jetzt baut er dieses Kunstwerk nach der Flanke von Ümit. Und er war da ein bisschen nah dran, der Mann, aber ich glaube, das muss man nicht abpfeifen. Das darf man nicht abpfeifen. Dieses wunderschöne Tor von Roda Anta. Also, schon ganz früh in Köln der absolute Wahnsinn.